Ich hab nen Liebesbrief geschrieben. Baaah, ickehaaf. Ich weiß. Lies mal vor. Aber nicht lachen. Doch, wahrscheinlich schon. Also. Hey du Geiler! Du bist scharf wie Chili. Äh, du meinst Chile. Chile ist ein Land, du Backblech. Ah. Lies weiter, bis jetzt ist es richtig gut. Äh, du hast nen geilen Body, der macht mich richtig Hottie. Lexa, richtig gut. Sogar mit rein. Willst du mit mir gehen? Kreuzer an. Ja, nein, vielleicht. Nur poppen. Längsam.